Der Vario 322-TC ist die hygienisch optimierte und medizinisch zertifizierte Umsetzung des UD9-Modells des deutschen Herstellers Eagle Technology. Dank der Kooperation von Rhein Medical mit Eagle Technology kann die in vielen Kliniken etablierte Thin-Client-Infrastruktur nun auch konsequent in hygienekritischen Bereichen wie OP-Sälen, Intensivstationen und Notaufnahmen angewendet werden. Bei dem Modell handelt es sich um das bekannte Vario-Display mit eingebauter Eagle-Technologie. Die Sicherheit ist durch eine bündige Schutzglas-Scheibe ohne Tropfkanten gewährleistet. Diese erleichtert die Desinfektion des Gerätes und bietet gemeinsam mit dem geschlossenen Gehäuse ohne jegliche Schlitze und Öffnungen die notwendige Hygiene. Das Display bietet eine Full-HD-Auflösung mit 1920 x 1080 Pixeln und gewährleistet ein brillantes und scharfes Bild, egal aus welchen Winkeln Sie Einsicht auf den Monitor nehmen. Wählen können Sie weiterhin zwischen zwei Betriebssystemen sowie den Firmware-Paketen Entry, Standard und Advanced. Damit können wir Ihren Anforderungen und Anwendungen individuell gerecht werden. Rhein Medical. We make your e-health come alive.